Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinen Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Transport Fever. Ja, es geht mal wieder weiter und da kommt die Bahn. Komm, das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Vielleicht aus einer anderen Perspektive. Und ja, wir werden heute mal ein bisschen was anderes machen. Wir haben uns ja nur um den sogenannten Güterverkehr gekümmert. Und dieses Mal müssen wir, das habt ihr auch schon geschrieben, uns ein bisschen um die Industrie kümmern. Und das machen wir gleich. So, hier. Und gleich kommt der Zug an. Eines der neuen Züge, die wir hier bei uns haben. Hier warten unsere Arbeiter und wir hören ganz genau zu. Ach, hört sich das cool an. Wenn die Dampflok hier rein marschiert. Schön, da kommt sie. Schön, ganz gemütlich. Grußt sie hier entlang. Wir haben hier schon ein bisschen Stromkabel. Naja. Der schwarze Blitz hier. Gut, alles klar. Lassen wir mal alles wieder einblenden. Und wie viele Passagiere hat es? 41. Gut, alles klar. Das läuft schon. Okay. Boah, wie viele Leute warten denn hier? Nach Cottbus? Nach Frankfurt oder? Und die Fake-Züge? Okay, die sind das hier. Das werden wir jetzt gar nicht so richtig betrachten. Warum da welche warten? Lassen wir es einfach mal. So, hier ist Cottbus. Hier muss ich wahrscheinlich noch ein paar Busse hinsetzen. Immer mehr Leute laufen hier lang. Eieieiei. Aber wir werden mal zwei Züge hier... Ne, zwei Busse hier nochmal auf die Strecke setzen. Passagiere. Und wir machen das mal in gelb. Kaufen hier 1, 2. Und werden das Cottbus 1 hinzufügen. Zack. Wir schreiben das Jahr an 1920. Und die Industrie muss jetzt langsamer wachsen. Gut, wir haben hier oben... Und das ist mir auf jeden Fall wichtig. Potsdam werden wir auf jeden Fall auch noch von Leipzig und von Berlin anfahren. Vielleicht werden wir noch eine Direktleitung oder Direktzug hier, die zum Beispiel nach Cottbus machen. Dass hier alles schön verbunden ist. Aber wir sehen hier unsere Industrie. Und die möchte ich hier runterbringen. Nur ist das Problem, wir werden das am blödesten machen. Werde ich hier einen Kopfbahnhof setzen? Ich habe 10 Millionen. Das könnte ein bisschen knapp werden. Und wir machen Industrie. Ich denke mal so einen Kopfbahnhof, Güterbauernhof. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Vier Gleise, denke ich mal, ist ganz angenehm. Und wir drehen das alles mal. So, und wir sollten Straßenanschluss machen. Wie weit kommen wir denn nach hinten? Ach, falscher Knopf. Ich drücke auch jedes Mal B für den komischen Bulldozer. Oder Bagger-Bulldozer. Naja, könnt ihr ja auch suchen. So, das ist... Nein, schon wieder. Ach, ich hasse diese Taste. Ach, so, und hier rein. Wie weit könnte ich denn zurückgehen? Bis hier könnte ich gehen. Bis hier. Warte mal, kann ich das mit einem... Hier ein bisschen langsamer machen? Irgendwo konnte man eine Taste drücken, wo es dann nur kleine Abschnitte sind. Aber ich weiß jetzt nicht, welche... Ach, hier. So. Ja, genau. So werden wir es machen. Zack. Ja, warum? Ich möchte natürlich, dass die Stadt gleich beliefert wird. Ja, und... Dass es alles halbwegs so seine Ordnung hat. Den richtigen Anschluss erstmal finden hier. Schauen wir mal. Ne, ist noch zu... Zu dünn die Straße. Oder zu schmal. Dünn und schmal. Könnt ihr euch aussuchen. Zwei-Fahren-Bahn. Ah. Ist auch noch zu schmal. Ich will jetzt nicht tausend unterschiedliche Sachen. Gut, das könnten wir jetzt nehmen. Das ist diese Standardstraße. So. Hier ansetzen. So. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich so ein kleines Problem. Wie habe ich denn den Dings gebaut? Mh. Ha, ha, ha. Oberleitung. Kollision. Okay, machen wir das mal so. Oberleitung. Dies, das, das. Ah, hier kann ich noch wenden. Ah. Ne, lassen wir den mal gerade. Wohl, warte mal, warte mal, warte mal. Wir könnten ja die Straße jetzt einfach mal, ähm... Abreißen und machen so ein bisschen quer. Also, das könnte ja durchaus funktionieren. Okay, dann, ähm... Machen wir aber weg. Und suchen uns wahrscheinlich diese Anwendung. Und werden jetzt... Jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Ja, wird auf jeden Fall noch erfasst. Das läuft. Geht da auch so ein bisschen ran. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie so ranklippen können. So. Und dann werden wir hier ein bisschen Industrie machen. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen hier zwei Gleise und versuchen hier rüber zu kommen. Das Problem ist, dass wir hier schon ein Gleis haben. Ähm... Das kann ja... Oh. Ein Eisenschwein. Das Krokodil. Na, herrlich. Aber wir werden, um hier eine bessere Performance zu haben, werden wir am besten mal diesen Weg hier ändern. So, wartet mal. Ich habe doch die Möglichkeit, hier noch ein paar Sachen zu bauen. Eine Unterführung oder sowas in der Art. Jetzt müsste ich nur wissen, wo der ganze Spaß ist und ob es diesen Spaß jetzt schon gibt. Ei, ei, ei. So viele Sachen. Ich bin überfordert. Ui, 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 ui. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht. Muss ich jetzt hier so lang... Und hier ist ja auch noch ein Gleis. Ich werde das erstmal hier weiterziehen. Nein. Noch keine. Nein, 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 nein. Ach, ich habe eine Idee. Ich könnte ja... Ich könnte ja den Bereich... Den habe ich jetzt sowieso schon. Ähm... Mit Strom. Da könnte man die erste... Eine erste Strombahn machen. So. Ui. Ja, müssen wir mal so machen. Oh, nein. Das steht in der Luft. Das ist so eine grüne. Das ist das. 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 Ja, ich finde die eigentlich ganz okay. Ja, also mit Oberleitung. Das ist jetzt quasi die erste Industriestrecke mit Oberleitung. Jetzt werde ich das wahrscheinlich von der Seite machen müssen. Guck mal her. Und jetzt müssen wir irgendwann mal hier rausgehen. Ja, genau. Und das würde sogar hinhauen. Schön. Aber guckt euch an. Das ist schon eine ganze Menge Holz, die wir hier da lassen. Eieieieieieiei. Eieieiei. Jetzt das nächste Problem. Ich will ja dann... Dass er dann hier rüber geht. Und... Es sieht so aus, als wenn es da so... Dass es die ein oder andere Probleme geben könnte. Das ist blöd. Ja, Mike Ruzifixi. Was ist denn da los hier? Hä? Ich glaube, ich muss es erst mal abreißen, Digga. Äh... Und eventuell hier... Gut, das hat jetzt genug gekostet. Wir müssen aufpassen mit unserem Geld. Ah. Supi. Na, das läuft ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Wir setzen hier jetzt das erste Signal rauf. Und versuchen... Hier können wir ja noch so eine Häuschen hinsetzen. So ein Industriegehäuschen. Da haben wir doch eine ganze Menge zur Auswahl. Um hier noch ein bisschen Leben in die Bude zu bekommen. Dass hier auch so ein bisschen Industriegebäude... Ähm... Vorhanden sind. Hier zum Beispiel. Zack. Aber ich glaube, das kommt noch alles. Ja. Das müssen wir erst mal machen. Wir müssen erst mal das Geld ausgeben, hier hinzukommen. Okay. Also von der... Sache her könnten wir sogar hier noch so einen Durchgangsbahnhof machen. Dass wenn der dann irgendwann mal hier anhält... Bretter... Äh... Gut, das kann man ja alles noch machen. Und hier würde ich einfach nur einen Zweierbahnhof machen. Nicht so krass. Mit zwei... Gleisen. Und ich hoffe, dass wir es so hinkriegen. Eieieieiei... Eieieiei... Ob ich jetzt zwei mache? Wie viel ist denn eigentlich, wenn ich vier mache? Jetzt kann man noch was... Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist jetzt nicht so wild. Alles klar. Dann bauen wir mal ein paar Straßen hin. Machen wir es mal so. Kollision. Okay. Aufpassen. Ah ja. Hier ist Kollision. Wahrscheinlich so hier. Gut. Haben wir. Jetzt müssen wir mal schauen. Dass wir mit den ganzen Gleisen hier irgendwie reinkommen. Oder rauskommen. Eieieieieiei... Hä? Versuchen wir mal so zu machen. Nee, ich will eigentlich nicht so, dass es hier nach Tunnel aussieht. Das ist doch wieder so arschteuer. Wartet mal. Wir könnten ja hier ein bisschen... Wir könnten ja mal versuchen, so lang zu gehen. So. Genau. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie so hinbekommen. Jetzt nur noch eine Zweispur hier zu machen. So. Dann gehen wir da hin. Dort rein. Und... Ja, gut. Das lassen wir erst mal. Wir werden mal mit der jetzt hier weitergehen. Und dann setzen wir nämlich die erste elektrische Bahn. Weil wahrscheinlich... So ein... Wieso nur 40? Wieso kann die nur 40 fahren hier? Ich fahre doch, äh... Ah, was habe ich denn jetzt hier? Jetzt habe ich hier irgendwie nur 40 angegeben. Oh Gott. Das muss ich jetzt unbedingt ändern, ey. Das geht ja nicht, dass ich hier 40 fahre. Maximal 40 kmh. Ne, das geht ja überhaupt nicht. Ich habe mich schon gewundert. Was ist denn hier schon wieder kaputt? Und wie viel Geld haben wir da noch? Ich weiß gar nicht, ob wir beim nächsten Mal jetzt irgendwie schon ein paar Bahnen machen können. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Ähm... Zum Glück kostet das jetzt nichts. Hä? Ist das auch nur 40? 40? Okay, 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 okay. Hier haben wir so eine Weiche. Oh, nein, 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 nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier nur 40 gemacht habe. Die sind ja alle nur 40. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Wie es hier aussieht. So, jetzt speichert erst mal. Die fahren nämlich ein bisschen schneller. Das? Hä? 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 Ne, das passt dann so. Gut, alles klar. Das war jetzt irgendwie so ein Urtum. Wir machen mal die normalen... Wir brauchen hier nicht nur maximal 120, wir brauchen hier richtig Schubrakete. Die sollen ja auch ein bisschen was bringen hier, die strecken. Und nicht nur 120. Das waren das maximale Fahren. Wenn sie natürlich irgendwo Gefahr stellt sind, dann sehe ich das ja natürlich ein. Aber so jetzt, nö. Gut, das haben wir. Das bedeutet aber, dass wir hier in diesem Bereich versuchen sollten, mal hier runter zu kommen. Ja, schön. Und dann setzen wir noch ein Signal. Und das müssten wir dann natürlich... Oh, alles noch anpassen. Aber da werde ich dann separat mal hier reingehen und mal alles hier noch ein bisschen schön machen. Wir werden vielleicht noch irgendwie mal ohne Geld noch ein Projekt machen, einen Schönbau bei der Anlage hier. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier in dem Bereich. Uiuiuiui. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie teuer ist denn eigentlich so ein Zug? Wo haben wir hier so ein Depot? Wir können ja jetzt mal weiterlofen lassen, dass hier auch ein bisschen was verdient wird. Und... Das, das, das. Gut, dass die jetzt nicht schneller fährt. Mit fünf Personen nur. Eieieiei. Das sieht nicht gut aus. Wir schauen mal bei Zügen. So. Berlin Cottbus. 700.000. Berlin Frankfurt oder... Eieiei. Berlin Dresden. Ach ne, Cottbus. Ach, die machen alle Minus, ey. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Wir machen definitiv zu viel Minus. Was sagt denn eigentlich unsere Statistik? Vier Millionen? Hm. Darlehen. Neun Millionen. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Das geht ja gar nicht. Und hier geht ja das Brot lang. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie schnell der hier fährt. 51. Gut. Der hat doch ein paar Passagiere drin. Also ich glaube, das nächste Projekt wird hier die Fabrik sein, die wir hier ja in Stand bringen. Also alles hier schübsch machen und ein paar Bäumchen anpflanzen, noch ein paar Industrien hier hinsetzen, dass es hier wesentlich hübscher aussieht. Und den Industriebereich ausbauen. Das geht ja so gar nicht. Aber wie gesagt, jetzt muss ich erstmal was finden, um zu gucken, wie teuer denn so ein Zug ist hier. Hey, hey, hey. Den ersten Elektro-Zug. Äh, Elektro. 2,91 Millionen. Preußische. Kann 75 kmh fahren, die kann 50 kmh fahren, 1921, 1914. Hm, das Krokodil. Ich würde ja dann gerne zwei solche, ähm, Strecken machen. Und dass das Brot hier in die Stadt kommt, weil Bedarf ist natürlich, also der soll es hier abgeben. Und dann muss ich natürlich eine Strecke in die Stadt setzen, weil das reicht ja nicht. Das können wir ja gleich machen. Äh, und zwar... Depot für Logistik. Eih, ist das schwer. Oder ist das teuer? Wenn ich das hier hinsetze. Das ist ja schon hier. Hier in dem Bereich. Dann sollen sie einfach so langfahren und dann, äh, aber wo habe ich jetzt einen Wegpunkt, wo ich jetzt, äh, langfahren könnte noch? Kein. Das kostet über eine Million. Hier so ein großes Logistikzentrum. Nö, kostet gar nicht so viel. Na, das läuft doch. Ja, schön. Hier haben wir dieses, dieses Gebiet und hier bräuchten wir ja nichts Besonderes. Wir können aber die Straße mal ein bisschen moderner machen. Und setzen das Zentrum... Na, so eine Mini-Station? Ne, der sieht doof aus. Ja, sieht auch doof aus. Ja, wir setzen einfach so ein Ding hier hin. So, jetzt drehen wir das einfach mal. Aber denken, es könnte so hinhauen. So. Und dann werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal hier schon die ersten Fahrzeuge hinsetzen. Und dann geht es los. Ja, wir werden jetzt die nächste Folge erstmal alles hier schön ausbauen. Alles schick machen, besser gesagt. Und dann holen wir uns zwei Züge, die dieses Krokodil machen. Also, ja, wir machen den Schönbau hier. Äh... Doch, wir machen den Schönbau Industriegeländer, ja. So, machen wir das. Ich mache erstmal einen Fisch. Wünsche euch was. Haut rein. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.